3 2 1 bis zum Start halbieren Leute heute einen neuen kommentierten kommentierenden von hier live aufgenommen auf der Map Stand of Black Ops 2 dabei habe ich ist jetzt nicht wichtig da dies ein neues Thema sein wird dass ich diese Serie helft das machen werde und ich dieses schon öfters ausprobiert habe das ist einer wie gesagt es ist leicht aufgenommen deswegen verspreche ich mich sicher öfters und so aber es ist um das EZ Waffen-Gehl nenne ich mal und ja fangen wir würde ich jetzt mal sagen an er spielt wird das um ganz klar mit einer Waffe das ist logisch und die Regeln für das EZ Waffenspiel sind also Kneifenabschlussjahren so oft wie man will kann man dieses dann verwenden sonst darf man nur ein Kill pro Waffe machen also wenn ich jetzt hier mit dieser Waffe einen Kill mache darf ich keine Waffe mit diesem Kill mehr und bis ich wieder sterbe ja es ist oft immer auf dem Spielmodus Ziel und wird irgendein ein Chaos Moosbitt natürlich seine dann Moosbitt so Chaos ist nicht und ja die vierte Regel das ist auch die letzte dann schon wenn man zwei Kills mit einer Waffe macht also wenn ich hier ein Kill machen dann noch einen dann wird das bestraft dann darf ich mit der Waffe nie wieder in einem Gamer so in einem in irgendeinem schon aber nicht in einem Waffenspiel Serie mit dieser Waffe nie wieder wen töten sonst wird natürlich eine nächste Waffe kommen und immer so weiter um ja das war nicht die vier die leckenden Regeln ich kann ich werde euch vielleicht wenn ihr wollt kann ich euch die auch zusammenschreiben und ihr könnt das auch mal probieren wie das ist er kann auch natürlich um es wird das machen und wieder schicken es wird mich alles freuen ich spiele es auch gleich viel vorbei aber ihr seht hier um es wird immer es ist immer schwierig wenn du dann zwei Waffen hast ausmachst du danach und ja sie spiele ich hier noch ein kleines bisschen und ja so man dieses so stört doch klar aber aber man von hinten schon wieder effekt euch durch die Hohenkinder hier verfickten schlisten noten man lieben hier ich werde schließen das waren nicht die erste Serie es wird dort stehen wir schon um die sind die Regeln und ich hätte gleich die zweite Serie aufnehmen bis zum nächsten mal die